Von all den verschiedenen männlichen Stereotypen scheinen Sigma-Männer die meistgehassten zu sein. Aber warum? Ganz einfach. Menschen neigen dazu, das zu hassen, was sie nicht verstehen. Sigma-Männer sind geheimnisvolle Individuen, die sich weigern, dem Herdendenken zu folgen und keine sozialen Hierarchien akzeptieren. Sie sind unabhängig und intelligent, werden jedoch oft fälschlicherweise als arrogant oder distanziert angesehen. Dies kann sie besonders in einer Gesellschaft, in der es hoch geschätzt wird, sich anzupassen und der Masse zu folgen, negativ auffallen lassen. Die Tatsache, dass es diesen Männern egal ist, was andere von ihnen denken, schürt das Feuer noch weiter. Während Sigma-Männer weder Hass noch Aufmerksamkeit suchen, zieht ihre Natur beides an. Hier sind zehn Gründe, warum sie so viel Hass ernten. Oh Gott, oh Gott, was hat dein Käpt'n Sigma jetzt schon wieder gemacht? Diese neue Tasse ist nichts für schwache Knäckebrot-Männer. Du bist kein Wannabe-Sigma. Nicht nur ein Wolf, nicht nur ein Teil des Rudels der Unabhängigen. Du bist auch ein gefährliches Raubtier und dessen müssen wir uns bewusst werden. Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Deswegen, diese Hardcore-Sigma-Tasse mit dem brutalen Wolf, alter, ich piss mir gleich in die Hose, stell dir vor, du würdest dieser Bestie gegenüberstehen. Dieser Wolf steht für rohe Gewalt und gnadenlose Stärke, die pure Sigma-Kraft, die wir nutzen, um für das Gute in der Welt einzustehen und die Schwachen zu beschützen. Jeder Schluck aus dieser Hardcore-Edition erinnert dich daran, dass du niemals Mitläufer bist, sondern der, der den Sturm entfesselt. Unabhängig, unbeugsam, unerschrocken. Das Rudel der Unabhängigen steht fest, vereint durch die Kraft, unsere Liebsten zu schützen und Gerechtigkeit zu schaffen und unsere Unabhängigkeit zu verteidigen. Dein Käpt'n Sigma zollt dir Respekt, Sigma-Krieger, denn ich weiß, wie es ist, seine rohe Sigma-Kraft immer unter Kontrolle halten zu müssen, zu reflektieren, zu analysieren und die Bestie in uns gezielt herauszulassen, wo sie benötigt wird. Das ist Sigma-Weisheit. Gönn dir jetzt die Hardcore-Wolf Sigma-Tasse, Link in der Beschreibung und in den Kommentaren. Die Tasse verleiht deinem Kaffee oder Tee stahlharte Eier für den Tag, also wenn du mehr Cojones haben willst, dann mach klicke die Klick auf den Link in der Beschreibung oder in den Kommentaren. Du unterstützt damit meine Arbeit und sorgst dafür, dass ich mehr Sigma-Kraft in die Welt tragen darf. Lang lebe Sigma. Wenn jemand ruhig und selbstbewusst ist, neigen andere dazu, seine Selbstsicherheit mit Arroganz zu verwechseln. Sigma-Männer strahlen oft eine ruhige und gelassene Haltung aus, die von denen, die sie nicht kennen, als Distanziertheit oder Überheblichkeit wahrgenommen wird. Während Alphas es lieben, im Mittelpunkt zu stehen und Bewunderung von anderen zu erhalten, bevorzugen Sigma-Männer es, im Hintergrund zu bleiben, zu beobachten und zuzuhören. Einige sehen dies als Desinteresse oder Teilnahmslosigkeit, aber Sigmas sind einfach wählerischer und zurückhaltender mit ihren Worten und Taten. Sie sprechen, wenn sie etwas Bedeutsames zu sagen haben, nicht nur um gehört zu werden. Dies schafft eine Aura des Geheimnisvollen, die sie für andere sowohl faszinierend als auch einschüchternd macht. Wenn Menschen eingeschüchtert sind oder etwas nicht verstehen, ist es leicht, es als Arroganz zu bezeichnen. 2. Er traut sich, gegen den Strom zu schwimmen Es ist nie einfach, gegen den Strom zu schwimmen, vor allem, wenn man dem Druck der Gruppe widerstehen muss. Den Mut zu haben, selbst zu entscheiden, auch wenn das bedeutet, seinen eigenen Weg zu gehen, ist eine Herausforderung, der sich viele von uns stellen, die jedoch nur wenige wirklich meistern. Der Sigma-Mann hat gelernt, die Kontrolle über sein Leben zu übernehmen, indem er mutig entscheidet, was ihm am wichtigsten ist, und furchtlos gegen die Erwartungen anderer rebelliert. Er braucht keine Bestätigung von anderen, um sich gut zu fühlen, und findet oft in der Einsamkeit mehr Trost als in sozialen Umgebungen, in denen er sich anpassen muss. Viele Menschen sind neidisch auf diese Eigenschaft, aber sie verachten sie auch, weil sie im Widerspruch zu dem steht, was die Gesellschaft lehrt, der Menge zu folgen und nicht das Boot zum Kentern zu bringen. Der Mut, sich von den Normen zu lösen, ist etwas, das viele bewundern, aber auch fürchten. Sie hassen Sigma-Männer, weil sie alles verkörpern, was sie selbst gerne wären, unabhängig, selbstbewusst und treu zu sich selbst. Diejenigen, die wissen, dass sie nicht wie er sein können, werden versuchen, ihn herunterzuziehen, auch wenn sie sich insgeheim wünschen, sie könnten so leben wie er. 3. Er hält seine Gefühle verborgen Menschen haben Schwierigkeiten, das zu verstehen, was sie nicht sehen können. Da Sigma-Männer ihre Gefühle nicht zur Schau stellen, haben andere Schwierigkeiten, sie zu lesen und zu verstehen, woher sie kommen. Dies lässt den Sigma-Mann für diejenigen, die eher expressive Persönlichkeiten gewohnt sind, distanziert und gefühllos wirken. Menschen verbinden emotionale Offenheit oft mit Menschlichkeit und wenn jemand seine Gefühle nicht zeigt, wird das als Kälte oder Mangel an Empathie interpretiert. Dies führt dazu, dass einige glauben, Sigma-Männer seien unnahbar oder gefühllos, was sie bei emotional ausdrucksvolleren Menschen unbeliebt oder sogar verhasst macht. Das bedeutet jedoch nicht, dass Sigma-Männer keine Emotionen haben. Sie entscheiden sich lediglich dafür, sie nicht offen zu zeigen. Sie schätzen ihre Privatsphäre und halten ihre Gefühle lieber für sich, was von anderen, die diese Perspektive nicht verstehen, als abweisend oder unzuverlässig angesehen werden kann. 4. Er nimmt nichts einfach so hin Hast du jemals den wahren Sinn hinter den Worten oder Taten einer Person hinterfragt? Das ist etwas, das der Sigma-Mann jeden Tag tut. Er nimmt nichts einfach so hin. Er hinterfragt immer den tieferen Grund und die wahre Absicht hinter den Worten oder Handlungen einer Person. Er ist ein unabhängiger Denker, der seine eigenen Meinungen auf der Grundlage gründlicher Analysen und kritischen Denkens bildet. Dies kann als Bedrohung für diejenigen angesehen werden, die es vorziehen, dass ihre Autorität und Meinungen nicht infrage gestellt werden. Sigma-Männer scheuen sich nicht, den Status Quo infrage zu stellen und durch Masken und versteckte Agenden hindurch zu sehen. Das kann andere unangenehm machen, besonders wenn sie etwas zu verbergen haben oder Angst haben, entlarvt zu werden. Es ist einfacher, jemanden zu hassen, der deine Überzeugungen infrage stellt, als zuzugeben, dass du vielleicht falsch liegst. Für Sigma-Männer ist die Suche nach der Wahrheit wichtiger, als sich anzupassen oder anderen zu gefallen. 5. Status beeindruckt ihn nicht Das Konzept von Status und dessen Einfluss auf unser Leben kann sowohl faszinierend als auch entmutigend sein, je nachdem, wie man es betrachtet. Viele Menschen bemühen sich zu sehr, ihre neuesten Errungenschaften oder Käufe zur Schau zu stellen, in der Hoffnung, von ihren Mitmenschen respektiert und bewundert zu werden. Je höher man auf der sozialen Leiter steht, desto mehr Respekt bekommt man. Deshalb tun Alpha-Männer alles, um an der Spitze zu stehen. Sigma-Männer jedoch lassen sich nicht von diesem sozialen Hierarchiesystem, das auf oberflächlichen Statussymbolen basiert, beeindrucken. Sie sind nicht beeindruckt von teuren Autos oder Designerkleidung, weil sie wissen, dass wahrer Wert über materielle Besitztümer hinausgeht. Dies kann dazu führen, dass andere sie als arrogant oder snobistisch ansehen, weil sie nicht den gesellschaftlichen Erwartungen folgen, aber es ist nur ein weiteres Beispiel für ihr unabhängiges Denken. Sie schätzen Substanz über Erscheinung und kein Status oder materielle Besitztümer können ihren Respekt oder ihre Loyalität erkaufen. 6. Seine Ehrlichkeit kann brutal sein Es ist kein Geheimnis, dass viele Menschen nicht gerne die Wahrheit hören, besonders wenn es nicht das ist, was sie hören wollen. Menschen umgeben sich lieber mit denen, die ihnen das sagen, was sie hören wollen, anstatt das, was sie hören müssen. Der Sigma-Mann beschönigt seine Worte nicht und versucht auch nicht anderen ein angenehmes Gefühl zu geben. Er spricht ehrlich aus, was er denkt, was einige Menschen verstören kann. Während viele seine Direktheit schätzen, kann sie auch ein zweischneidiges Schwert sein. Wenn ein Sigma eine Meinung äußert oder Feedback gibt, kannst du sicher sein, dass er jedes Wort ernst meint. Er redet nicht um den heißen Brei herum und macht keine wagen Komplimente. Diese Ehrlichkeit kann für diejenigen, die es gewohnt sind, Lob und Anerkennung zu bekommen, schwer zu verkraften sein, insbesondere für Menschen in Machtpositionen. Es ist leicht zu verstehen, warum manche Menschen Sigma-Männer hassen, weil sie sich weigern, bei ihren Spielen mitzuspielen. Aber sie tun das nicht, um zu verletzen oder zu beleidigen. Menschen sagen oft, ich kann ihn einfach nicht durchschauen. Das ist ein häufiges Gefühl, wenn es um Sigma-Männer geht. Sie sind komplexe Individuen, die nicht in eine bestimmte Schublade passen, was es für andere schwierig macht, ihre Gedanken und Handlungen zu entschlüsseln. Sie sind privat und wählerisch, was ihre innere Welt betrifft, und lassen nur wenige in ihren inneren Kreis. Das trägt zur geheimnisvollen Aura bei, die sie umgibt. Während sie kein Interesse daran haben, von jedem verstanden oder akzeptiert zu werden, fühlen sich viele, insbesondere Frauen, von ihrer rätselhaften Natur angezogen. Das gefällt Alpha-Männern, die sich bemühen, Frauen zu beeindrucken und ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Natürlich nicht. Sigma-Männer sind mit sich selbst im Reinen und fühlen keinen Drang, sich anderen zu erklären. Sie schätzen ihre Privatsphäre und Unabhängigkeit, was als Herausforderung empfunden werden kann von denen, die ihnen näher kommen wollen. Doch diejenigen, die geduldig genug sind, die Schichten abzutragen, werden eine tiefe, wissbegierige Persönlichkeit mit einzigartigen Perspektiven und Einsichten finden. 8. Eingeschränkte Zusammenarbeit Manche Menschen verstehen einfach nicht, wie andere glücklich sein können, wenn sie unabhängig arbeiten. Während Alphas in Gruppenumgebungen aufblühen und aktiv nach Zusammenarbeit suchen, bevorzugen Sigma-Männer es, alleine zu arbeiten. Das liegt nicht daran, dass sie unsozial sind oder Teamarbeit nicht mögen. Es ist einfach ihre effizienteste Arbeitsweise. Sie sind selbstmotivierte Individuen, die keine externe Bestätigung oder Anweisungen benötigen, um Dinge zu erledigen. Natürlich können sie bei Bedarf gut im Team arbeiten, aber im Allgemeinen ziehen sie es vor, Aufgaben und Projekte alleine zu bewältigen. Für diejenigen, die Teamarbeit und Zusammenarbeit schätzen, kann dies als unkooperativ oder unproduktiv angesehen werden, obwohl Sigma-Männer oft genauso viel, wenn nicht sogar mehr, alleine erreichen. Die Einsamkeit ermöglicht es ihnen, ihre Energie und Gedanken ohne Ablenkungen zu fokussieren, was zu qualitativ hochwertiger Arbeit und effizienter Problemlösung führt. Während Zusammenarbeit ihre Vorteile hat, erreichen Sigma-Männer ihre Höchstleistungen in der Stille und Abgeschiedenheit. 9. Intoleranz gegenüber Inkompetenz Nichts frustriert einen Sigma mehr, als jemanden zu sehen, der sein Gehirn nicht benutzt. Es ist für ihn wie Kreide auf einer Tafel, wenn er jemanden einfach nur mechanisch arbeiten sieht, ohne aktiv nachzudenken. Während er geduldig und verständnisvoll mit denen ist, die wirklich lernen wollen, hat der Sigma-Mann wenig Toleranz für Inkompetenz. Er stellt hohe Anforderungen an sich selbst und erwartet, dass auch andere ihr Bestes geben, selbst wenn es bedeutet, Fehler zu machen und daraus zu lernen. Es ist eine Sache, keine Erfahrung zu haben, aber eine ganz andere, faul oder selbstgefällig zu sein. Niemand ist perfekt, aber der Sigma-Mann erkennt leicht den Unterschied zwischen jemandem, der es versucht, und jemandem, der es nicht tut. Diese Intoleranz gegenüber Inkompetenz kann manchmal als Arroganz oder Überheblichkeit interpretiert werden, aber es ist lediglich seine Frustration darüber, ungenutztes Potenzial zu sehen. Sigma-Männer streben immer nach Verbesserung, auch wenn das bedeutet, sich selbst aus der Komfortzone zu drängen. Hast du dich jemals gefragt, warum manche Menschen unglaubliche Leistungen erbringen können? Was macht sie so erfolgreich in dem, was sie sich vornehmen? Während dies für viele ein Rätsel zu sein scheint, haben Sigma-Männer die Antwort Selbstmotivation. Diese Männer sind nicht von Natur aus faul oder unmotiviert, sie müssen nur ihre Leidenschaft und ihren Antrieb für eine bestimmte Aufgabe oder ein Ziel finden. Sobald dies geschieht, können sie zu wahren Leistungsmaschinen werden und unglaubliche Leistungen erbringen, die für andere unmöglich erscheinen. Aber es geht nicht nur darum, Motivation zu finden. Sigma-Männer brauchen auch die Freiheit, ihre Ziele auf ihre eigene Weise zu verfolgen. Sie mögen es nicht, micromanaged zu werden oder von unnötigen Regeln und Verfahren eingeschränkt zu werden. Wenn sie Autonomie und Vertrauen erhalten, können sie außergewöhnliche Produktivität und Erfolge erreichen. Ihre Motivation kommt von innen und wenn sie diesen inneren Antrieb anzapfen, gibt es kein Halten mehr. Natürlich mögen es einige Menschen nicht, übertroffen zu werden, was ihre Unsicherheiten berühren kann. Insbesondere, wenn die Aufmerksamkeit auf den Sigma-Mann gelenkt wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sigma-Männer oft missverstanden und deshalb gehasst werden, weil sie sich den gesellschaftlichen Erwartungen widersetzen und ihre eigene Unabhängigkeit über die Akzeptanz anderer stellen. Ihre brutale Ehrlichkeit, ihre Fähigkeit, gegen den Strom zu schwimmen und ihre Verweigerung, sich von Status oder sozialen Hierarchien beeindrucken zu lassen, machen sie zu faszinierenden, aber auch polarisierenden Persönlichkeiten. Sie fordern den Status quo heraus, stellen Fragen, die andere lieber vermeiden und strahlen eine tiefe Selbstsicherheit aus, die für viele einschüchternd wirkt. Doch gerade diese Eigenschaften machen sie zu einzigartigen, starken Individuen, die nicht nach Bestätigung oder Lob streben, sondern danach, authentisch zu leben. Auch wenn ihr Weg nicht immer verstanden wird, bleiben sie sich selbst treu. Und genau das ist die Quelle ihrer wahren Stärke. Sie startenINS Mit der Entschещend Schule Schule Vielen Dank.